. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sind Menschen empfänglich für Verschwörungserzählungen. Einer davon, Timo. 2008, 2009, da habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ich habe gerade meinen Realschulabschluss hinter mich gebracht. Und da habe ich mich viel mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und irgendwann hat mir ein Freund einen Film gezeigt, namens Zeitgeist. Und da geht es darum, dass quasi die Anschläge des 11. September von den USA geplant und durchgeführt wurden. Beziehungsweise, dass die Türme gar nicht wegen der Flugzeuge eingestützt werden, sondern dass sie gesprengt wurden. Der Film geht dann noch weiter und macht so eine neue Weltordnung, Verschwörungstheorie auf, wo dann behauptet wird, dass es einen Plan gibt, und quasi Menschen in RFID-Chips zu implantieren und dass quasi jede Bewegung überwacht werden kann. Und auch, dass die Federal Reserve Bank hinter den Kriegen, allen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg steckt. Binnen kürzester Zeit wird der Film auf diversen Plattformen über 50 Mio. Mal aufgerufen. Zeitgeist spielt mit modernen Ängsten und verblüffenden Erklärungen. Der Film hat so ein bisschen eine Atmosphäre verbreitet, wie so, das ist so was Illegales, das darfst du jetzt eigentlich gar nicht gucken. Und das hat mich einfach super angezogen. Und dann bin ich halt auf weitere Inhalte in die Richtung gestoßen und bin immer mehr da reingerutscht. Die Mondlandung, ein Fake. Lady Di wurde ermordet. Tupac dagegen lebt. Im Internet kursieren Unmengen solcher Erzählungen. Du hast dann so einen großen Haufen an Halbwahrheiten, teilweise auch nachprüfbaren Fakten. Also nicht alles, was dort gesagt wird, ist automatisch falsch. Und das summiert sich so.